Sag mal, wie ist das eigentlich mit diesen Frutariern? Na, Frutarier essen nur Sachen, die von alleine vom Baum fallen. Also das wäre mir auf Dauer echt zu anstrengend, immer auf den Baum zu klettern und meine Schnitzel aufzuhängen. Oh no! Sag mal, wieso bist du eigentlich noch Single? Du siehst gut aus, hast einen tollen Charakter, kannst super kochen, bist immer höflich? Ganz klar, überqualifiziert. Ich finde es immer so schön, wenn die beiden was zusammen machen und Leon kann ihm die Natur so wunderbar erklären. Papa, was ist das für eine Blume? Eine große rote. Und die hier? Eine kleine gelbe. Na, was läuft? Früher war alles besser. Vor zwei Minuten zum Beispiel, da hatte ich noch eine Tafel Schokolade. Cool, und was ist das? Eine neue Waage, hat mir Nico letzte Woche zum Geburtstag geschenkt. Eine Waage? Also findest du das nicht etwas? Du, für mich kein Problem. Dafür bekommt er morgen zu seinem Geburtstag ein Lineal. Hallo, Schatz. Komm nörgeln, das Essen ist fertig. Dieses Blind Date ist wirklich etwas ganz Besonderes. Oh ja. Und ich möchte so gerne mehr von dir erfahren. Ja? Was zum Beispiel ist dein Lieblingsstück von Wagner? Eigentlich die Pizza Valami. Gut, Herr Blum, kommen wir zur Anamnese. Ihre Selbsteinschätzung zählt. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie verwirrt sind sie? 17. Nur bis 10. Was? Die Skala. Welche? Wie verwirrt sie sind. Ach so, 17. Ah, schön. Und sag mal, hast du schon Pläne für den Sommer? Ja. Und was? Im Sommer kann ich hier in kurzen Hosen sitzen. Hau. Woah. Who của der Sommer? Wie ging es? Ich weiß. 000 Mainz ist. undo. hj